was geht leute euer IPPS4 wieder hier ich bin der Daniel und heute zeige ich euch kleine Spawnlocation für die Gangautos und die spawnen einmal in gelb und einmal in lila ich habe sie in lila gefunden und wollte halt ein kleines Video dafür machen und zwar spawnen die halt in der Grove Street wie ihr sehen könnt auf der Karte die Uhrzeit ist zwar unwichtig weil man die zu 100% spawnen lassen kann wenn man mit einem anderen Tuanado, Buccaneer oder Manana da mal hinfahrt und ja ich entschuldige mich für den kleinen Fail hier mein Kollege hatte Angst dass die Gangleute schießen könnten wenn ich in dem Auto einsteige weil er sich gerade eine Zigarette gedreht hat der kleine schlimme Raucher zwar bin ich selber ein Raucher aber egal auf jeden Fall könnt ihr den verkaufen behalten für Liebhaber die Klassiker lieben oder Muscle Cars ja ich hoffe es gefällt euch ich überspringe die Fahrt mal und sage dann mal bis zum nächsten Video ich lasse jetzt noch ein bisschen Gameplay laufen damit ihr halt sehen könnt wie viel die einbringen ob sich das lohnt die zu verkaufen zu behalten oder was auch immer damit macht und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag weiterhin und habt Spaß mit den Autos würde mich sehr freuen Liked auf jeden Fall dieses Video für weitere Videos oder abonniert mich für mehr Videos und ja ich sage mal bis dahin Leute Ciao 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 Ciao